Heute habe ich mit Vito den Zaun repariert. Die haben die alten Pfähle rausgerissen, die kaputt waren. Das sieht man hier gleich auf dem Frontlader. Und haben eine neue Pfähle gesetzt und den Stromzaun zum Teil erneuert. Und jetzt fahren wir nach Hause. Und jetzt gibt es gleich Mittagessen. Das ist Vito. Das ist Vito.